Achtung dieses Video ist ernst gemeint so leute und ja man sieht schon die überschrift gegen akta stopp akta was auch immer ich für einen titel nehmen werde ja es gibt das schöne projekt akta das eigentlich das internet so wie wir es kennen zerstören wird es werden seiten wie youtube twitter facebook und was weiß ich was alles werden gesperrt ihr werdet internet nicht mehr so erleben können wie heute und deswegen stoppt akta seit dagegen denn ansonsten in einer welt im internet leben in der ihr nur noch kontrolliert wird also gegen akta